dafür wüsste ich gerne wieso er in dieses schloss passt warum habe ich nur nie rückenschwimmen gelernt diese rote schaltfläche sieht wirklich wichtig aus diesen rohren müffelt es ja erbärmlich immer drüber springen ja ja das hat jetzt was gebracht muss auf dass ich jetzt halt die ruhe habe das ist dann wohl ein farb wechsler ja gut dann holen wir den mal nein ich jetzt da was grünes in der waffe sehr gut wenn du rot leuchtende elektrische felder siehst schießt mit der farbwaffe auf sie um sie zu aktivieren ja ich bin ganz heiß auf diesen riesen smaragd er soll ja so groß sein wie ein kopf gehörte wohl so einer königlichen tante die ihn dann verhökert hat weil er zu schwer für eine brosche war ich melde mich wieder hey es hat geklappt so jetzt brauchen wir wo muss das denn jetzt schon wieder hin äh wo muss das bitte hin ich wiederhole mich gerne nochmal wo muss das bitte hin aber was aber was warte mal ich weiß du beschwerst dich jetzt gleich chaschen aber ich will die Sachen heben haben sooo sooo einfach mal durchs wasser hechten ne die blauen sind irgendwas besonderes irgendwie bei diesem Geräusch sooo sooo haben wir die Sachen mal eben alle eingesammelt das machen wir mal hier hoch Warte komm 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 bumm Ich habe übrigens noch kurz was vor. Kommt noch nicht hoch. Wirklich jetzt? Ich bin jetzt umsonst da nochmal hin. Ich spiele aber auch manchmal so einen Profi. Wirklich. Egal. Lassen wir das mal so im Raum bestehen, jo? So. Chase, ich habe was gefunden. Halt die Augen nach roten Farbwechslern auf. Alles klar. Rote Farbwechsler. Wow, dieser Schmaragd. Er soll der reinste Schmaragd der Welt sein. Nicht so ein plumper Klumpen wie die Dinger, die sich aus der Bluebellmine bergen. Die sind zwar auch wertvoll, aber kein Vergleich. Wow. Okay, wir haben hier irgendwas. Wollen wir mal hier lang. Wo haben wir den Weg? Ja, irgendwo ist er. Okay, wir müssen drücken. Komm her. Oh, hier haben wir da nur was. Ah ja. Okay. Nehmen wir. Erstmal kurz Zeit. Oh, wie ist denn? Erstmal aufbauen. Was zum... Wer versucht denn da eine Luftmatratze runter zu spülen? Immer der, der frachtschäß. Oh. 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 Schade, da wäre ein Fahrzeug drin. Wow! Ich glaube der ist weg. Falsche Fähigkeit habe ich noch nicht. Wir werden wohl, kann wohl irgendwann zu Wax Freeway oder was werden, auch interessant so. So, mal wieder aufmachen. So, mal wieder aufmachen. So, ich brauche nur noch ein anderes Farbdinger, anders klappt das hier nicht. Braucht man nicht irgendeine rote Farbe oder so? So sieht das aus. Hab den Farbwechsler gefunden. Nachdem du die Waffe mit roter Farbe gefüllt hast, kannst du durch das beschießen grüner Felder elektrische Anlagen ausschalten. Weißt du, das hier erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als ich noch Brüche machte. Nur riskiere ich diesmal nicht direkt meinen Hals. Ich lese jetzt mal weiter. Mach das. Okay. Dann wollen wir mal. Hüpp. 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 Fählrecht Spüren? Der riesen smarakt ist schon in der Nähe und macht mich bald steinreich. Hast du schon ein Hehlar an der Hand? Nicht nötig. Hüpp. Das ist吃 Vorteil für einen Privatkäufer, der das Ding unbedingt will! Bau jetzt also ja keinen Mist. Der Letzte der Mist gebaut hat. Ach es war eine eine große Schande. Was ist passiert? Wir konnten nicht mehr beschäftigen. Dann haben wir ihn zu den Fischen geschickt. Ja, er arbeitet jetzt als Wächter im Aquarium. Also bis später. So, dann machen wir mal kurz. Es war einer zu weit, aber es ist nicht so schnell. So. Mir die Steine da. Dankeschön. Nimm mal mit. Einmal wieder da rein. Und dann muss ich einmal das hier einmal öffnen. Ja, das scheint ja richtig, der nächste Weg zu sein. Das ist so schlimm. Den haben wir aber schon mal vorbereitet. Kann mich immer noch was das hier bewirken, was das hier macht dann, aber gut. So, dann wollen wir doch mal den scheinbar schon richtigen Weg gehen. Den ich ungewollt schon geöffnet habe, wie es aussieht. Ich finde besser schnell den Smaragd und verdufte dann von hier, sonst erwischen sie mich noch. Ich glaube nicht, dass das so einfach klappen wird. Hey, Chase. Hier steht, dass die Waffe noch ganz andere Sachen kann. Mit ihr kann man auch Dinge versilbern. Und wieso mache ich mir dann die Arbeit, eine Bank auszurauben? Kein richtiges Silbermann. Aber es reicht, um Oberflächen glänzen und Spiegel zu lassen. Eignet sich gut gegen Laserstrahlen. Kapisch? Ja, das könnte hier ganz hilfreich sein. Gut, füll sie mit silberner Farbe, wenn du einen Wechsler findest. Und halt Ausschau nach dem Riesensmaragd, okay? Ja. Hold nicht, wenn du da raus bist! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Da drin war der Smaragd nicht. Okay, vielleicht ist er ja hier. Mal hören. Also mal hören, sage ich. Natürlich, wenn ich sage mal... Da drin auch nicht. ach so ja natürlich ich habe das nicht gesehen so überhaupt nicht ja da muss ich aufpassen so so aber wohin damit wieder ein farbwechsler sooo ach leute man könnte fast glauben die wollen nicht dass jemand ins marat mitgehen lässt jetzt habe ich eine blaue farbe hier brauche ich jetzt grüne farbe wieder genau die habe ich gerade nicht sooo hier wird er auch nicht sein aber das hat was konnte ja das ist ein farbwechsler für grüne farbe nehmen wir mal was will der hier wenn es grün ist ich glaube da öffnet sich was für uns das war ein smaragd der ist so blüht herrn rein war das absehbar oder war das absehbar das nenne ich einen edelstein wer auch immer du bist du bricht das gesetz ich denke das wissen die schon viel das war's dann wohl mit unentdeckt bleiben was zum kuckuck was wird das denn jetzt ja jetzt raus äh ich hab gesagt raus ich glaube die haben auch bestimmt was dagegen geh ich mal von aus na kommt her was so eine zahl vielleicht teil einer kombination da haben wir noch was zu erledigen